Hallo zusammen und willkommen bei DieterHorn.de. Heute stelle ich dir den Kosmetikstandspiegel von Dekor Walter vor, namens Just Look. Wir haben jetzt hier die Standversion, den Spiegel gibt es aber auch noch als Wandkosmetikspiegel. So, was ist jetzt so besonders an diesem Spiegel? Zum einen, wie man sieht, mattweiß, sieht natürlich optisch mega schön und edel aus. Zum anderen hat es eine Option und zwar hat dieser Spiegel ein eingebautes Licht. Dieses Licht arbeitet nach einem sozusagen Bewegungssensor, das heißt man geht an den Spiegel ran und das Licht geht automatisch an, ohne dass man jetzt irgendwie nicht Knopf oder so betätigen muss. Das ist natürlich mega praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel sich geschminkt hat und seine Hände noch voller Make-up sind, muss man hier jetzt nicht irgendwie den Spiegel betauschen. So, es ist aber jetzt nicht so, dass dieser Spiegel die ganze Zeit diese eine Lichteinstellung hat und zwar gibt es hier einen Knopf und da kann man die Lichteinstellung verändern. Es gibt genau drei Stufen, das heißt es geht auch noch niedriger, es ist nicht immer die volle Pulle-Licht. So, wie funktioniert jetzt dieses Licht? Man braucht jetzt kein Kabel, das man dauerhaft mit anschleppen muss und es hat keine Batterie, sondern es arbeitet nach einem Akku, steckt es an, lädt es auf und so kann man das überall mit hinnehmen, beispielsweise in den Garten oder ins Zimmer, kann man je nach Lust und Laune entscheiden. So, das Coole bei dem Spiegel finde ich auch, dass es eine fünffache Vergrößerung hat, das heißt man sieht sich selber halt einfach viel, viel genauer und ja.